Ihr seht ja schon im Hintergrund, die Weekend League startet wieder, meine Freunde. Heute sind wir ziemlich, ziemlich früh dabei. Die Sekunden laufen runter, damit ich den Zugang einlösen kann und euch denn mein Team zeigen kann. Let's go, meine Freunde. Mein Team, meine Freunde, sieht immer wie folgt aus. Aber ich habe mir noch Wood geholt, die SPC-Hike gemacht und habe eigentlich für die rechten Seite noch Dempsey als Auswechsler für unseren George Best, links Ginola und Habeck noch die SPC von Solskja gemacht. Ist eigentlich ganz cool, habe auch schon 2-3 Spiele gemacht, 14 Spiele, 1 Tor nur. So richtig kommt er mit seiner 99 Tempo ja nicht in Fahrt, die Werte sind eigentlich mega. Aber irgendwie finde ich doch Ginola besser. Irgendwie ist der durchsetzungsfähiger. So Leute, wir gehen dann mal rein ins Gameplay, würde ich sagen. Gameplay, Gameplay, Gameplay. Okay, diesmal seht ihr wieder ein bisschen mehr Gameplay. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Glück und starte hier vernünftig rein in der Weekend League. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal, meine Freunde, lasst gerne gleich ein Abo da. Wenn euch die Videos gefallen, gebt dem Video ein Like. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid die Besten. Let's go. Gucken wir mal. Ziemlich früh. Mal gucken, wer da alles so schon wach ist. Ob wir da überhaupt einen Gegner finden. Ja, das sieht erstmal ganz gut aus. Gucken, wie unser erster Gegner aussieht. Okay. Jo. Sieht nice aus. Ich meine, ich muss mich ja nicht verstecken mit meinem Team. Eigentlich haben wir auch ein ziemlich coole Team. Hat er sich schon mal durchgesetzt da, oder was? Alter, der hat da gerade durch meinen Spieler und durch den Torwart geschossen. Oder den Dinger einfach rein. Was? Hör doch auf, ey. Boah, was ein Pass. was ein paar ist meine freunde sehr nice waren da jetzt los da ja die dümmsten idioten schießen immer eine mitte naja jedoch jawohl jawohl da haben wir doch gemacht geht schon gut ab hier im ersten geben meine freunde sehr nice sehr nice gucken ob wir das noch mal gedreht kriegen jetzt hier da ellison die alte kackbratze der hält hier alles da ist er da guter zwei kam wer hat den ball da wäre platz für den konter david ginola ja wer lässt sich da etwas zu viel zeit ha 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 jawohl was leck mich doch die beulen alter das kann ja wohl ja nicht sein ob sie hier noch ganz starke aktion gibt es doch ja nie ja komm schon schießt doch den schlechten rechtsball darin meine fresse jawohl da ist es doch sehr schön und sich sehen wir noch mal richtig schön auf die zunge zergehen lassen hier gegner nummer zwei na klar ist auch wieder so ein knaller hier aber wie gesagt ich brauche mich nicht verstecken liegt denn an meiner eigenen unfähigkeit das war ja mal nice gemacht und kantea zugeschlagen nice sache nice sache der wollte schon pause drücken der war jetzt rausjangen ok alles klar ich habe gedacht dass er drin und denn jeder gleich raus alles klar okay also doch sehr schön okay jetzt sieht er in die mitte die gibt es ja nicht kennen doch nicht immer nur so eine abprallertur jetzt hier naja reine droschen das ding naja und sie verlagern das spiel auf die andere seite ja was ein ding alter was ein pass leute naja gleich noch mal nachgelegt hier ok ja wohl bisschen glücklich weil der torwart ist schon nicht sprung gewesen aber tor ist ganz wichtig hat den tor schon übergeschoben jetzt der ballverlust wenn es jetzt schnell geht damit gefährlich euer was ein konter meine freunde hat er stark gemacht muss man wirklich sagen hat er wirklich stark gemacht es ist schlechter mann 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 meine freunde wir haben die ersten sieben spiele gemacht wir haben 19 punkte ist jetzt eigentlich okay muss ich sagen bin eigentlich recht zufrieden schaut beim nächsten mal wieder rein wenn das nächste video kommt meine freunde dann seht ihr nämlich wie weitergeht bis dahin machte gut